Die Computer Center Cloud Solutions Das ist Herr Müller. Er leitet die IT in einem großen Unternehmen. Die Anforderungen an ihn sind klar. Er soll jederzeit schnell auf die IT-Bedürfnisse der Fachbereiche reagieren können, dabei die IT-Infrastruktur flexibel und die Kosten gering halten. Herr Müller interessiert sich deshalb für eine Cloud-Lösung. Er wendet sich an die Experten von Computer Center. Dank jahrelanger Erfahrung können Sie ein Lösungspaket schnüren, das genau auf seine Bedürfnisse passt. Und zwar herstellerübergreifend. Computer Center ist nämlich der perfekte Partner für die Cloud. Zunächst schaut sich Berater Herr Schäfer die vorhandene IT-Infrastruktur und die verwendeten Herstellerprodukte genau an. Er analysiert die vorhandenen Services und bespricht Sicherheitsvorgaben sowie Anforderungen an Verfügbarkeit, Performance und Administration. Außerdem legt er mit Herrn Müller Kriterien fest, nach denen Services in der eigenen Private Cloud erbracht oder als Public Cloud Services bezogen werden. Auf Basis dieser Analyse empfiehlt Herr Schäfer seinem Kunden eine Private Cloud-Lösung. Als Cloud Builder kümmert sich Computer Center um den Aufbau und im Anschluss stehen alle Services schnell und flexibel zur Verfügung. Diese können jetzt auch den Fachabteilungen bedarfsgenau in Rechnung gestellt werden. Weil Herr Schäfer die Bedürfnisse des Unternehmens inzwischen bestens kennt, rät er Herrn Müller außerdem zu einem Public E-Mail Service. Denn mit einem externen E-Mail Service können endlich alle Mitarbeiter immer und überall von allen Endgeräten auf ihre E-Mails zugreifen. Als Cloud Integrator weiß Computer Center genau, was bei der Integration externer Services zu berücksichtigen ist. Etwa das Beachten spezifischer Lizenzbestimmungen, Sicherheits- und Datenschutzvorgaben und natürlich der notwendigen technischen und organisatorischen Voraussetzungen. Damit das so bleibt, braucht Herr Müller externe Spezialisten, die sich um alles kümmern. Gut, dass Computer Center sich auch als Cloud-Provider einen Namen gemacht hat. Für Messaging, Communication, Mobile und Workplace bieten die Spezialisten komplett betriebene Umgebungen an. Egal mit welchen Anforderungen sie zu uns kommen, wir können helfen. Computer Center – Enabling Users Empfohlen von Experton als Cloud Leader 2014 Mehr Infos unter computercenter.de und die Veränderungen sie zu uns kommen, wir können helfen. Untertitelung des ZDF, 2020